Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen zu Let's Play Black Ops 2 nachkommentiert und herzlich willkommen zu diesem kleinen Gameplay Herrschaft auf der Map Hijackert Runde 1 von 2 und zwar erspielt vom Messi 2902 vom PKM1 Clan. So, er spielt heute mit der AN94, so Headset mal gerade rücken und er spielt heute mit der AN94 in Gold natürlich, nicht in Silber und hat ein ganz süßes Emblem drauf und zwar dieses HH Emblem, müsst ihr euch mal genauer angucken, wenn ihr Zeit habt, ja jetzt, ähm, heute habe ich mal wieder ein kleines Gameplay vorbereitet, natürlich, ich habe eigentlich immer ein Gameplay vorbereitet und heute haben wir zwei Spiele im Angebot, die ihr wahrscheinlich alle gut kennen mögt und zwar Grand Theft Auto V von Rockstar und natürlich noch Call of Duty Ghost, das lang erwartete Spiel der Spiele. Viele von euch warten nur auf Ghost. Ghost, 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 Ghost. Was für Neuerungen wird Ghost eigentlich bringen? Äh, ich würde wirklich noch im Dunkeln, wir können alle noch im Dunkeln tappen, auf jeden Fall eine geilere Grafik und ein geileres, äh, ja, geileres Spielerlebnis. Und es wird wahrscheinlich erstmal neuere Waffen geben, eine größere Map wäre cool, aber was richtig geil wäre, Leute, ey, das wäre so ein Panzer oder was weiß ich, man weiß nicht, was man so steuern könnte, ihr wisst ja, auf was ich so stehe. Und, ähm, dann natürlich noch Grand Theft Auto V, das ist in meinen Augen der größte Favorit. Ich warte die ganze Zeit, ich kann die Tage schon gar nicht mehr zählen. GTA V wird wirklich eine große Spielerevolution werden. Ihr wisst, ihr habt den Trailer schon gesehen, man wird Fahrrad fahren können, man wird tauchen können, man wird jagen können. Ähm, in einer Sequenz kann man sogar mit einem Jagdgewehr auf Rehe oder Hirsche schießen. Es gibt sogar wilde Tiere, von denen man gejagt werden kann, also ein riesiges Red Dead Redemption, nur viel besser verpackt, mitten in einer großen amerikanischen Stadt Los Angeles. Da kommen Welten zusammen, da kommen Drogen zusammen, da kommt Gewalt zusammen, da wird Gewalt zusammen, Leute, also das wird absolut, also, Leute, ich sag nicht oft viel, aber heute muss ich was sagen, GTA V wird das beste Spiel der Welt werden. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Schaut euch die Trailers an, ähm, hammergeil erstmal und mega fette Weltmann, geile Autos auftunen, geile Mucke im Radio, vielleicht läuft da auch ein bisschen Sexy Bitch, du, 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 ach, keine Ahnung, kann das jetzt nicht so singen, oder David Guetta, das läuft da bestimmt alles, richtig geil, Fallschirmspringen kannst du. Also, was denn noch? Ballonfahren wahrscheinlich? Und noch mehr, Leute. Und für mich ist ganz klar, GTA V wird geil, aber ich hab noch immer keinen Plan, wann zum Beispiel Ding rauskommt, wann Ghost rauskommt. Habt ihr vielleicht einen Plan, wann Ghost rauskommt? Also, ich nicht. Ich hab mal gesehen, man kann Ghost irgendwie vorbestellen, aber das Relay, äh, das, dieses Datum da, wann es rauskommt, ich glaub, das heißt Relays, oder Realase, Datum, äh, weiß ich noch gar nicht von Ghost. Ne, und somit ist natürlich ganz klar, dass GTA IV, äh, vor Ghost kommen wird wahrscheinlich. Ja, wir haben jetzt fast August und, ähm, dann ist es natürlich Zeit für, genau, September, August, September und am 11. September ist es dann soweit GTA IV. So, es wird in GTA IV zum Beispiel möglich sein, von einer Person zur anderen Person zu wechseln. Also, wenn jetzt jemand gerade hier, ähm, ein paar Gangster abknallt und ich hier gerade am Fahrradfahren bin, dann kann ich von dieser fahrradfahrenden Person zur Gangster-Person wechseln und bin mitten im Gefängnischen. Also, Leute, das ist doch mal obergeil. Ah, herrlich. So, jetzt gucken wir mal zu dem Gameplay von Messi 2902. Aha. Ja, ja, ja. Und dieses Jahr kommt ja noch etwas ganz Besonderes raus, habt ihr es vergessen? Xbox One und Playstation 4 und ihr wisst das, natürlich, die PS4 ist 100 Euro billiger als die Schrottbox Xbox One. Das ist für mich ein ganz klarer Kaufgrund. Und die Leute, die jetzt noch ein Xbox haben, 360, ähm, die sollten sich auf jeden Fall, äh, eine PS4 kaufen. Das ist ein Tipp von mir, das ist geil, weil dann können wir miteinander zocken, so. Und PS4 hat in meinen Augen einfach bessere Zukunft als zum Beispiel jetzt eine Xbox One. Wo ihr vielleicht sogar noch zahlen müsst, irgendwann mal, für den Online-Modus, der ja bei der PS4 immer gratis ist. Und bei der PS4 kann man nichts falsch machen. Ähm. Und da ist das Ende. 103 zu 72. Spielbonus 1150. Haha. Geil. Super gutes erspieltes Gameplay. Und ich sage tschau, bis zum nächsten Mal. Euer HiduGames.com auf der Playstation 3. So, was haben wir denn da? Machst du ein Video mit all deinen PSN-Freunden? Ihre Embleme, also wo du die Embleme zeigst in Black Ops. Äh, hab ich, glaube ich, schon mal gemacht, so im Emblem-Video. Aber wenn ich alle Freunde mache, dann ist das viel, viel zu lange. Äh, mach ich noch. Mach mal mal, mach ich noch. Und, Leute, haut auf jeden Fall rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage tschau. Und bis dann. Jetzt muss ich nur die Austaste finden. Die ist da unten versteckt. Ah ja, schöne Kills. Tschau.